3, 2, 1 Hallo, was geht ab Youtube? Und herzlich willkommen zu einem Vlog mit meinem besten Freund Elegy Ist das gerade dein Ernst? Ähm, dieser Pisser ist jetzt bei mir Ja, Moin! Also ähm Ja, eigentlich Warum machst du das? Achso, ja, ich bin jetzt in Verizon Nein Hat er nicht gesagt Naja, aber ohne Witz Leute Ich bin Team Verizon gejoint Am 23.12. war das Ist er halt einfach wirklich durch mich Ja, das war so 2 Stunden nach Mitternacht oder so Ähm Ja Auf jeden Fall nice Weil ich auch so ein guter COD Spieler bin Finde ich das auf jeden Fall verdient Hab ich auch gehört Ähm Ich hab gehört Du bist sogar so gut Dass du noch nicht mal ein Unlock All brauchst Ich hab noch nicht mal ein Unlock All Ja siehste Bei der Quote auf dem Normale kann man schon zu schlecht ist Ist das gerade dein Ernst? Aber auf jeden Fall Ja, das wollte ich dir mal kurz sagen Und Ja Der Grund warum ihr kein Gameplay im Hintergrund seht Ist das wir gerade erst aufgestanden sind Nein, das ist nicht der Grund Ich bin einfach zu schlecht Um mir zu erspielen Genau Ungefähr so Und äh Er hat jetzt kein Bock Live aufzunehmen Weil er einfach faul ist Und nie was für YouTube macht Nein, morgen machen wir was live Denk ich mal Heute kommt auch noch wahrscheinlich Mike vorbei Also der alte ImpactX Mike Kennt ihr vielleicht noch? Vielleicht kommt die vorbei Seine Eltern Mucken ein bisschen auf Müssen die noch irgendwelche herfahren Er ist nämlich momentan auch in Köln Ja Und Ja Wir bestellen heute auf jeden Fall Pizza, Margareta, Doppelkäse, Mais Mit Käse im Rand Mit Käse im Rand Mit Teig im Rand Und Ja Lackstuhl Ich zeig euch mal hier Mein neues Beauty Beauty Produkt Der 1x2 HDMI Bitte Ja Auf jeden Fall machen wir eigentlich relativ viel scheiße Lizard Squad hat hier die Server von Xbox und PSN immer noch Da oben teilweise Ich bin gerade hier FIFA Da ist ein Monitor Da spielt Dominic LOL Und da ist noch ein PS4 Mit Oh Da kann man die eigentlich noch zeigen Ja Skrrrrrr Du musst auch richtig zeigen Skrrrrr In Skrrrf auf jeden Fall Skrrrf Also das ist mein Skuff Hier mit dem spiel ich Das ist der Killerfish Hybrid Skuff Bei Rocks Games bestellt Hier mit dem Paddelt Ja Sooo 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 Abgehoben Ich bin doch bis zum 30. Dezember in Köln Da muss ich leider nach Hause Ich wäre gerne noch an Silvester geblieben Ist das gerade dein Ernst? Ah danke Wenn es euch gefallen hat Lasst eine positive Bewertung da Drexel ist glaube ich im Raum Ist Riven noch da? Na das ist wahrscheinlich das schlechteste Video was hier oben Ok ja ich glaube auch aber du kriegst trotzdem Likes Weißt warum? Nein nicht weil du dabei bist Nein nicht weil du dabei bist Dann krieg ich ja nicht mein Geld Dann krieg ich ja nicht mein Geld Dann krieg ich mein Geld Sag ich nur noch haut der Bein Bis zum nächsten Mal Leute Bis zum nächsten Mal Tschüss Abgenommen Das war ganz große Kacke Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal.